Also Jungs, so wie ihr mich ja als guten Chef kennt, hab ich natürlich für unser Weihnachtsfeier das allerbeste Vehikel gelöst. Tadaa! Jaaaa! Da ist der Weinl! Oh Mann, hey! Und zur Verpflegung hab ich natürlich ein paar kleine Schmankerl dabei. Das ist ja wohl der nackte Überwahnsinn. Weihnachtsfeier! Mensch, Hermann, wasch dich heute einmal! Mit Material! So wie es ausschaut, macht der Chef heute einen Fahrer, ha? Limo trinken! Jaaaa! Also meine Sensoren sagen, wer heute Arbeit gewiss keinen Rausch zusammenkriegt. Unser Fahrer vielleicht? Jaaaa, der alte Schulbuehr! Is ich was, was du nicht siehst und es ist nüchtern. Unser Fahrer, Bubi! Woher hast du jetzt das gewusst? Halt einmal euer Pfarzen! Wenn einer heute am Tisch einschlaft, dann sag ich ins Gesicht, Alter. Alter, schau mal da! Der weltgrößte Weizenstutzen, nur 5 Kilometer! Ihr Gesichtsradler, da müssen wir fast vorbeischauen! Naaah! Ui, da bitte kein Time, von Freitag bis Sonntag! Alter, jetzt hab ich aber ein bisschen Joghurt in mein Hose halt gemacht! Ui, den! Naaah! Kackbrotmässe! Naaah! Naaah! Na, ich war schon, wir fahren ins Snorkel, da kann man ausgezeichnet... Dosenbiersaufen! Dosenbiersaufen!